Überall noch mal schwarze Steine suchen. Ich geh mal hinter diesem Teil, wo wir sonst immer ran. Hinter diesem Teil? Hier ist noch ein schwarzer Stein, den baue ich mal ab. Ich baue alles ab, was schwarze Steine sind. Meppon, Stone, Flint, Rekül, Magnesium. Ich geh aber da noch mal rein, vielleicht finde ich da noch was. Ich wollte hier nur hinter gehen, guck mal, ob hier noch was ist. Wenn es hell ist, sehe ich besser. Wenn es auch hier ist hier echt gar nichts. Hier ist auch nichts mehr, hier ist auch nichts mehr gespawnt, schade eigentlich. Muss mal ein bisschen laufen jetzt. Das ist lustig, ne? Du könntest ja eigentlich in die Storage-Boxen was rein tun. Oder du kannst, ey, weißt du, was du auch machen kannst? Das ist ja fast hier wie bei DC. Machst du einfach Sprengfallen vor die Dinger und immer wenn es rumpelt, guckst du immer, ob jemand verreckt ist. Machst du so eine Sprengfalle vor das Depot und dann kommt da einer und rennt da rein und explodiert oder irgendwie sowas und dann guckst du, ob er verreckt ist und was er dabei hatte. Lootest du noch ein bisschen über die Kisten? Ich bin nicht dein Freund. Ich will nur deine Loot. Ich bin jetzt etwas weiter weggelaufen, aber hier gibt es wenigstens wieder ein paar von den schwarzen Steinen. Du bist weiter weggelaufen. Egal, ich hole. Ich hole das Zeug jetzt. Ich lauf auch mal in die Richtung, wo ich den Spielbär seinen Klamotten-Scheiß da gefunden habe. Scheiße, jetzt hab ich da nichts draus bekommen, ey. Wie du der Bäbä? Kein Oranium. So, ja, das ist irgendwie, das ist auch eine merkwürdige Geschichte. Mal kriegst du was draus und mal kriegst du nichts aus. Sehr selten. Aber sei froh, dass wir davon nur so geringe Mengen brauchen. Ich bin sowieso schon so schön verstreitend. Gibt es ja eigentlich Uran-Mantelgeschosse. Sicher. Nee. So panzerbrechende Uran-Munition, die durch diesen Truck in den Kopf des Fahrer... Nee. Ich bin schon wieder total... Durch die Base-Scheibe in den Schädel. ...durch die Base-Wand in den Kopf. Das wär auch mal was schön. Ich baue jetzt drei so Steine ab und krieg gar nichts davon. Zum Schenke Arsch. Nee. Ja, was auch immer. Hier sind zwar viele Steine, aber das bringt auch nichts. Oh mein Gott, was für eine Kraterlandschaft. Oh, hier ist ein fetter. Oh, ich hab einen Oranium. Juhu. Ich hab hier einen fetten Stein gefunden. Vielleicht ist da einer eins drin. Hat sich da ein Oranium versteckt? Komm raus, bitte. Komm raus, wir müssen einen Fabricator bauen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Oranium. Aber... Dann brauchen wir noch mehr Oranium und dann noch mehr Oranium. Ach, du bist ja auch hier. Hä, warum? Wo bist du denn? Ich war da hinten. Ein Stückchen weiter drin. Nee, hinten. Ich wollte einfach mal gucken, ob der Spiel will. Ach, da hinten rennt der rum. Genau. Oh, ich hab einen Uran. Sehr gut. Wie viel hast du? Ein. Achso, eins. Nee, zwei. Oh, 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 oh. Wir kommen der Sache schon näher. Hm. Hm. Da hinten ist wieder so ein schwarzer Stein. Na, die anderen bringen ja nix. Die geben uns die anderen aus. Die brauchen wir grad. Naja. Nicht so. Ja, momentan nicht. Zur Not können wir dann später dann mal einen Gurken und die Scheiße abbauen. Ja. Momentan. Die find's ja fast überall. Wollts grad sagen, momentan ist halt... Ah, ich hab noch eine Uhr an. Haha. Hahaha. Oh. Oh, yeah. Hm. Ich glaub ich krieg hier auch nochmal so 50 raus. Okay, den kann man nicht abholen. Wie, 50 Uran? Aus einem Stein? Das wär's. Der träumt schon wieder. Aber aus dem kriegen wir auf jeden Fall was raus. Hoffst du. Nee, ist so. Hier, hier, hier hab ich auch noch einen. Oh, guck. Eine Kartoffel. Oranio. Eine Kartoffel aus dem Stein. Die war, die war Dinger da drin oder wie? War dort eingeschlossen. Einmal erinnert mich das auch so ein bisschen mehr so an den Mars oder so mit der Farbe hier. Wat, die Mars? Hier. Das hier. Das Stück vielleicht. Käse oder so. Käse, ja, der Mond besteht auch laut der Theorie von Wallace und Gromittern, wie das Ding hieß, wie sowieso aus Käse, die haben sich da auch Cracker mitgenommen, um den Mond zu essen. Viel Spaß. Da hat man ganz schön länger was davon. Ja, jetzt gucken wir erstmal zu Fuß hier noch durch die ganze Scheiße hier. Ist das da oben eine Höhle? Nee, das ist nur so ein Dings, ne? Das sieht von hier aber auch aus wie eine Höhle. Ja, aber ich glaube, das ist nur so ein Durchgang. Meinst du? Ja. Als ob es die Höhlen gibt, ne? Ach nee, stimmt. Das ist nur so ein Ding, weil dahinter, das Schwarze, was dahinter ist, ist das All, was man sieht. Ja, genau. Der erste Moment habe ich auch gedacht, wie eine Höhle. Auf dem Mond gibt's Höhlen? Woher wartet das unter dem Mond? Käse. Käse? Ja, das ist der Käsekern. Käsekern. Hast du einen Cracker? Ey, kannst du mir eigentlich mal sagen, wo wir jetzt hingelaufen sind? Ich weiß gar nicht, wo es zurückgeht, ey. Dann einfach quer durch über den Krater. Ja. Ich habe noch mehr Urinium gefunden. Ich finde gar nichts mehr, seitdem ich das gesagt habe. Seitdem ich das gesagt habe. Doch, jetzt eins. Ich habe was gesagt und seitdem finde ich keins mehr. Oh, hier sind noch mehr schwarze Steine. Oh, noch eins gefunden. Noch eins gefunden. Wie viele Verpackungen hinterbrochen wir eigentlich? Äh, einen. Aber ich denke mal, wir brauchen noch so Ranner und noch für Angst. Oh fuck, ich habe falsch das gedrückt. Wo ist denn jetzt das I hier? Was? Bis dahinten muss ich zurücklaufen? Ich habe jetzt achtmal Uranium. Okay, reicht. Da unten, da. Da sind die Sachen vom Spielbär-EP. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hier, ich bin hier einfach da. Ist egal. Bin ganz weit weggelaufen. Ja. Aber ich will es trotzdem mal zeigen. Da steht echt Spielbär-EP da. Das ist auch ein YouTuber. Und da sind seine Klamotten. Da steht echt da, Spielbär-EP, und er steht. Das ist echt so geschrieben, wie er geschrieben wird. Also mit a, e. Also nicht mit e', sondern a, e. Och Da. Tämmönen. Ja, und hier, da ist der Ting. Die Schmiede, ne? Schmiede und ein Uranium. Was? schon wieder urin wir können das ding gleich schon hier bauen ja genau mal eben so ich frage mich nur wo er umbrennt bei dem würde ich auch gerne mal im kopf schießen also im spiel das ist nämlich der beste kumpel vom kris verstehst du ja vielleicht habe ich die chance in den kopf zu schießen im spiel ich muss das immer dazu betonen das ist ja im spiel weil ich das immer denke wie du bist denn jetzt im kopf schießen nein also nur im spiel ich habe das dringende bedürfnis dazu so wir müssen jetzt hier den ganzen weg bis dahinten wieder zurück ich hoffe du hast doch movement speed das gilt meinst du die anderen haben alle außerhalb dieses kraters gebaut könnte durchaus sein es kann noch sein dass die alle nur noch mit ihren mondfahrzeugen von a nach b fahren kann es auch sein dass die alle hier rumliegen ein paar lagen hier wieder da liegt wieder einer ja hallo wer bist du gravity gravity ist das nicht ein film hat der nicht letztes von mir mitgespielt ist mir egal er hat auf jeden fall sachen dabei ja 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 weißt du was der komisch egal hier abgestochen ja warte ich hätte ihn doch das blut zwacken können ich habe das verdammt warum hast du ihm das gerät ich habe das vergessen meine fresse eine milde blutspende für uns damit wir am leben erhalten bleiben aber wir hätten natürlich erstmal testen müssen auf drogen und verschiedene sachen krankheiten vor allen dingen krankheiten ich möchte nicht irgend so scheiße in mir haben und blutgruppe die blutgruppe ist mir gar nicht auf das zeugeln und 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 Das ist echt, bei dir ist das eine Krankheit, oder? Sobald du hörst, Loot. Noch eine Zeitflasche, Loot, Alter. Loot, er hört nur Loot, weißt du? Er hört nur Loot. Oh, hier, Loot. Er hört nur... Oh, Loot. Noch mehr Loot, Alter. Alter, hier ist noch mehr. Nee, ist echt alles voll, Alter. Ein Pflanzenpott, der ist doch unnötig. Das ist doch nur Deko. Ja. Ey! Ich hab einen Sprengsatz gefunden, geil. Und noch von David Bowie ein bisschen Mucke. Was von David Bowie? Das war mir heiß, das Ding. Er hat... Warte mal, ich hab doch hier so ein... Radio-Kassetten-Player benutzen. Was kann nur auf Struktur, dann ist es ziemlich ständig. Boah, das denn, wo ich... Oh, das kann ich nur draußen machen. Ja, weil... Weil hier ist, äh... Ding, sag mal. Die Sonne an der Kiste, der hat die nicht gelooten. Ja, wo, wat, wat. Die Kröne, die vorne. Da bin ich schon mal gar nicht, ich bin jetzt hier oben. Entschuldige, gerade mal eine. Und da ist auch noch eine. Und wieder ein Upgrade, schon wieder für die Oxygen-Maschine. Oh, ich hab hier Donner-Summer schon wieder, hat's da, fertig, ja schon. Hab ich auch schon zweimal. So, dann schmeißen wir einfach mal die Kassette hin. Ich hoffe, Gema sagt, ist alles in Ordnung. Okay. Na, was kann man jetzt hier? Gema in den Kopf. Donner-Summer einfach mal kurz rein. Okay. Bei mir ist es nicht laut, bei mir ist es in Ordnung. Dann ist es arschlaut gewesen. Oh, Baby! Aber ich mach das aus. Nein, das geht nicht aus. Das ist genauso, wie ich das mit dem Plattenspieler gemacht habe. Wenn du nochmal drauf klickst, geht das nochmal an. Ja. Geht das aus, indem ich weggehe, ne? Genau wie ich das gemacht habe. Alter, ihr seid so schlecht. Jetzt ist das bei mir aber auch nicht mehr so laut. Aber ich wollte was anderes anhören. Vorher war das laut, warum ist das jetzt so nicht mehr so laut? Moment, ich muss mir irgendwas wegschmeißen. Ich hab die Kassette jetzt mal, ich hab die jetzt zweimal. Ja, ich hab die Kassette jetzt mal, ich hab die jetzt zweimal. Ja, ich hab die Kassette jetzt mal, ich hab die Kassette jetzt mal, ich hab die jetzt zweimal. Ich wollte mal die andere reinschmeißen. Disco, yeah! Hörst du irgendwas? Ja. Ja, ich hab die ja auch gerade selber angemacht. Ich hab die Kassette jetzt mal. Ist my mind, also irgendwas, äh, Rock. Oh mein Gott, jetzt geht's ja. Stop, 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 stop. Mach mal die Kassette nochmal hin, weil ich hör's noch nicht. Ich hör noch dieses Hard Stuff. Ja, bei mir ist das, du hast das so 50 Mal angemacht bei mir. Oh fuck, jetzt hör ich hier, jetzt hab ich zwei verschiedene Musiken. Oh mein Gott. Ich lauf einfach weg, Alter, ich bin weg. Ja, wenn du einen gewissen Bereich hast, dann geht das von rein nach, oh, aus. So hab ich's auch gemacht. So. Ne, ich lauf weiter. Und machst den Kassettenrekorder jetzt hier und platziert, das ist da kacke. Das ist scheißegal. Das bräuchten wir in unserem Jeep und dann so richtig geile Muke darin und dann. Ja, genau. Ich reiß den hier jetzt ab, oder? Kann man den Volumen-Multiplayer ab? Achso, kann man runter und hoch drehen. Achso. Demolished Play. Lade, scheiße. Ich kann den nur kaputt machen jetzt leider. Oh. Ich hätt den lieber mitgenommen. Copper, Silikon und Platinum. Ich hätt den lieber mitgenommen. Die Kassette hab ich mitgenommen. Die Kassetten sammeln wir jetzt. Dann machen wir so drei Dinger und dann drücken wir bei Off-Player. Alles klar. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht mehr bewegen. I'm too heavy. Auch schon so schwer. Egal. Oh, da liegen wieder Kisten zum Looten. Oh. Ohne Scheiß mal. Echt und Dreck. Der hat das Inventar voll bis zum Arsch. Er kann sich kein Stück mehr bewegen. Solarpanel, Alter. Jetzt geht's los. Hier brauch ich noch nicht mal mehr sowas grafen. Watten, Solarpanel? Jo. Aber ich bin sowas von fett. Ja, ich lauf hier auch schon komplett so rum. Ja, kein Wunder. Ich muss mal ein paar Bären essen oder sowas. Fettflasche wiegt voll viel. Ja, da hab ich auch schon vier Stück. Ich esse jetzt einfach hier mal ein paar Bärchen. Ich esse noch mal ein paar Narkotikbärchen. Narkotikbärchen einfach so mal. Ich tu mal so lange was hier weg. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss in die Richtung laufen. Ich lauf einfach mal. Kann ich nicht auf meine W-Taste irgendwas drauflegen? Dann läuft der doch automatisch von alleine. Weil ich wollte mal ein Stück klingen. Kann ich nicht mehr laufen. Ein Leuchtpunktvisier. Leuchtpunktvisier hast du jetzt auch schon gefunden. Mhm. Ich hab gleich alles zusammen, was wir brauchen. Ja, ich hab's nicht geklaut. Ja, ich hab's nicht mischt. Wo stehst du denn gerade? Innen drinne. Ja. In der Bude oder was? Jo. Ich muss erst mal gucken. Ich glaub, da ging's darin. Security-Fans hab ich auch gefunden. Wie dann Dinoport. Alles kann man das machen. Oxygen-Maschinen. Da steht er. Da, Peter. Wut? Hm, okay, sonst ist es nichts. Ah, das ist der gelootet, die. Wie da steht der? Wo hast du mich gesehen? Da hab ich dich gesehen. Ich hab hier ein irgendwas. Hendo, Hendo, da ist ein Überfall. Hendo, ergeben sich bitte. Hendo, Hendo. Hendo, Hendo. Hendo, Hendo, Hendo. Ah, Feuerfall. Wo sind die hin? Ich hab' noch was mitnehmen. Ich hab' nur so viel gelagert. Ja, das ist gar kein Feuerwerk. Ich hab' schon 127 Bitcoins. Alter, wie soll ich denn das alles mitnehmen? Bist du warte? Ich hab' bisher noch ein Arschvoll. Ja, ein bisschen kann ich selber noch nennen. Ich muss das erstmal, ich glaub, das müssen wir auch Stück für Stück holen. Lass uns erstmal einen Fabricator bauen und so'n, 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 Fond Asian. Ja. Oh mein Gott. Oh, Junge. Ich kann mich aber auch kaum selber bewegen. Er rennt. Weißt du, er sagt, er ist so fett. Weißt du, ich schleiche hier. Ich hab Sachen weggetan. Ja, toll. Ich schleiche hier einfach nur so lang und er rennt so an mir vorbei. Oh mein Gott. Ja, das ist ein weiter Weg, meinst du? Ja, das ist ein weiter Weg. Würde ich einschlafen auf dem Weg dahin? Ich komm dir mit so ner Aktion und merke, es ist ein weicher Weg. Weil, weiter Weg. Dieser Weg wird kein weicher sein. Ne, wird mondig. Dieser Weg wird mondig und spät. Aber ich hab' auf jeden Fall so'n Solarpanel, a resource of energy, das... Müssten wir nur gucken, ob wir da irgendwie so Kabel einfach dran klatschen können. Ne? Kabelsalat. Weil, wenn wir diese Kabel nämlich dann mit dem Outlet verbinden und dieses Outlet mit diesem komischen Gerät, machen wir uns das Money selber und dann... Ich halte mich da raus, ich bin kein Elektriker. Warte schon, ich stell' das Ding schon aber einfach so. Zwei Bete haben wir hier, boah. Geht ja nicht ab, ey. Was machen wir mit den drei Upgrades? Ich hab' keine Ahnung, was man mit einem Upgrade hier machen kann. Ich bin da überfragt. Ich hab' Uran... Irgendwie soll das den Radius von diesem... Oxygen. Ja, machen wir. Ja, aber wir verlieren eh kein Oxygen. Ne, ich kann auch, glaub' ich, in einem abnehmen und werde trotzdem noch leben. Ich hab' den nur... Oh, oh. Ich hab' den nur rein per Form aufm. Ich pack' jetzt mal das Uranium da mit drin. Das Öl und die Steine kommen hier mit drin. Mh, Steine. Und Oil. Öl. Und hier mach' ich mal ne Eisenrind. Platinum. So. Passte. Öh, Platinum. Platinum. Können wir hier nicht irgendwie so ein bisschen so eine kleine Base wenigstens bauen? Erstmal anfangs. So kleine Hütte, denk' ich mal schon. Damit wir die Scheiße an der Rind stellen können, so ein bisschen wat wenigstens. бо, da-dum, da-dum, da-dum. Und es fehlt's Zeug. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Platinum. Was? Platinum. Ich hab' Titanium. Platinum, drei Stückickel. Ich hab' hier Platinum 34. Ich hab' hier. GIP-HER, spreche ich dir. so, Fabricatus gemacht. Ähm ... Was gucken, dass du noch eine Tante machen kannst? ja eine mittlere von silber cementing paste und metal in gott zement habe ich silber und boah die haben zu wenig mit willst du mich jetzt verarschen wo denn was wo denn da sind noch elf im schmelzen am schmelzen zwei metall fehlt ja wenn da noch elf am schmelzen sind dann warte eine weile ab dann hast du deine zwei metallen macht mich eure decke hier das sind noch fünf stück drin fünf in gott sind da drin in der damalige rosa wie bitte rosenbohr ist ja auch da mache einfach bitte nur bitte den gefallenen und schattstattung und schattkontakt und schattkontakt in den händen womit ist er dann haben wir das heißt sie können wo sie haben abwärts wenn wir haben wir sind wir haben es kommt die bude in außen aber für die Kälte daraus stellen schweißig an wir haben ich stelle einfach drauf Nein Oh Das ist fett Strukturen elektrisch Laptop 10 Copper 20 Electronics und 50 Silikon Wie machen wir denn Electronics Ne Electronics Electronics Silikon und Metallbarren Ich muss mal darüber zu dieser anderen Base laufen Da haben wir Da habe ich noch Metall drin Oh Das hat aber viele Level gegeben Killer Okay Ich kann die Ölmaschinenpumpe bauen Echt? Mach mal Aber brauch Gasoline Farming Oh scheiße Brauchst du wieder 10 Uranium, 50 Platinium, 50 Metal und 25 Öl Alles klar Ich habe nur 10 Uranium Ja, das reicht ja Hä? 7 Mein Schroll Okay, 7 reicht nicht Aber die sind schon wieder gespawnt, die Steine sehe ich gerade Direkt hier vorne ist auch ein Stein Vehicle Vehicle Ach du Scheiße Ja man, das Ding kostet sehr viel 500 Metallengots Ach du Kacke Hm Der Rest ist Larifaring Nur die 500 Metallengots Oh Scheiße Viel Spaß 15 Electronics 20 Polymere 10 Titanium Ja, aber vielleicht muss man erstmal dieses Miner-Teil da bauen Was ist das? Einer meiner oder reiner Also 52 Metall haben wir hier auf jeden Fall noch Wo ist denn das Miner-Ding? Das ist nicht der Essig-Skype-Miner, ne? Nein Ach das können wir erst später Das gibt's erst viel später So Gibt's erst später Bestimmt erst bei Level 40 Ja stimmt, bei Level 40 Okay Ich bin 36 Ja Ich bin, äh Was bin ich denn? 31 Äh Warte, 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 warte Warte, wo ist denn hier mein Telefon? Mal im Shop vorbeigucken Stimmt, warte mal Wo du's grad sagst Mhm, mhm Drilling Machine Ach du Scheiße 580 BTC Die ist richtig teuer Ja, selbst wenn wir zusammenlegen, kriegen wir das nicht hin Ölpumpe 415 Ich hab 39 Ich hab 127 Ich hab 27